Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 im Pazifik-Geschwader 214 Full House am Samstag, bleiben Sie am Ball, 19.15 Uhr bei RTL Plus Manchmal räumt sie das Wohnzimmer aus und veranstaltet eine spontane Party Meine Hemden tragen wir abwechselnd, aber sie sieht darin viel besser aus Wenn wir ausgehen, liebt sie es mit mir zu tanzen, egal wo wir sind Ich glaube, sie hat telepathische Gründe, das ist eine unwiderstehliche Verbindung Zeit für Gefühle, Zeit für Baileys Oh Mann, das Fahrrad kann man bestimmt wieder reparieren Ja, aber mein Vater Am besten, du kommst erst mal mit uns nach Hause, da ist heute Miracoli-Tag Ja? Oh, prima! So, und jetzt für dich Da bist du ja Wenn die Mutter Miracoli macht, wird die Familie zu La Familia Miracoli, wunderbar italienisch Neu von Fabergé Hero Nichts ist erotischer als Erfolg Come to the Fiesta This is your Fiesta Come to the Expo 92 Come to Sevilla Bloß nichts verpassen, jetzt oder nie Expo 92 Jetzt oder nie Eigentlich rechnet niemand mit einem Unfall Sie als guter Autofahrer sicher auch nicht Aber was ist wenn? Auto, Motor und Sport hat den neuen Golf getestet Selbst nach einem versetzten Aufprall mit exakt 55,2 Stundenkilometern auf einem Betonblock haben die Passagiere höchste Sicherheit Sie sehen, der neue Golf ist bestens präpariert für den Fall, den Sie hoffentlich nie erleben werden Denkst du an den Dinos auch, ja? Na klar, und tschüss mein Schatz Und tschüss Oh nein Keine Sorge Frau Wollner Ich kümmere mich darum Danke, vielen Dank Ich informiere sofort unser Büro in Istanbul Ihre neue American Express Karte Denkst du an den Dinos auch, ja? Wo immer Sie uns brauchen, wir sind für Sie da American Express Das duftet aber gut Die sind ja noch warm und es ist Sonntag Wo sind die her? Mach ich selbst So einfach ist das Und was machst du nächsten Sonntag? Sonntagsbrötchen von Knack und Back Gerolsteiner stille Quelle Still mit viel Charakter Runter, alle Tropical Heat, Freitag 20.15 Uhr Bei RTL Plus In der heutigen Folge Dienst in Vietnam sehen Sie Ungerde, aber du wirst nicht befördern Vielleicht bist du nicht reif genug für einen Sergeant Was soll das bedeuten? Der Befehlshaber dieser Region hat eine Frau, die von dem Vietcong gefangen genommen worden ist Hoffentlich musst du jetzt nicht deine Freunde vernachlässigen Was will er denn nur beweisen? Der ganze Scheißkrieg reicht mir jetzt langsam Du kannst von deinem fahrenden Zug immer noch jederzeit abspringen Ich mach die Fliege Feuer frei! Wir sind Amerikaner Sergeant! Sehen Sie jetzt die Mitternachtsserie bei RTL Plus Es gibt Zeiten, da müssen Sie die Gesundheit Ihrer Familie auch von innen schützen Da brauchen Sie Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente Da brauchen Sie Oinova Oinova, der Vitaminschutz für die ganze Familie Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker Wow Hallo Bitte Ein Shake Für mich Espresso Und Ein Schokoriegel Schokoriegel Die ist verwöhnt Hey Ladies Die wahrscheinlich längste Praline der Welt Sind die lang Aber Schwester Duplos sind so lang Duplo? Für die einen ist es Duplo Für die anderen die längste Praline der Welt Verständlich Männer mit Fantasie Neu von Fabergé Hero Nichts ist erotischer als Erfolg Die Reiniger von Frosch machen alles blitzeblank Und Dank schonender Inhaltsstoffe belasten Sie die Umwelt möglichst wenig Hm Ich glaub die sollten Sie auch mal probieren Frosch Bleib sauber Idee und Spiel Immer das Neueste in über 700 Fachgeschäften Idee und Spiel Da seid ihr gut beraten Stell dir vor, du machst einen sündhaft schönen Urlaub Der gar nicht sündhaft teuer ist Zypern Die Insel wo die Götter Urlaub machen Danke fürs Interview Ein Tiktak erfrischt meinen Atem Zwei Stunden lang Bei gerade zwei Kalorien Ist doch super Endlich den Alltag ablegen Und jetzt In meine Wohlfühlklamotten Mit Lenore wird sie natürlich frisch Und ich mag auch das griffige Gefühl Ich fühl mich wohl in Lenore Priscilla Presley Priscilla Presley I remember it was raining It was cold and raining I had to make a decision He said, close your eyes I said, close my eyes He said, yes The next thing I felt was his Lips on my mouth A single moment can change your life Moments Das Parfum von Priscilla Presley Diese Hitze, ich sterbe von Durst Mama, guck mal Ja, ne limo Ich brauch mehr Mehr? Der soll mal Punica trinken Genau Ja, die Punica Oase Voller Frucht löscht Punica den riesen Durst Boah Kommt, in die Punica Oase Und hier wird riesen Durst gekillt Tod sicher, mit Punica Ja, die Punica Oase Mehr Frucht, weniger Durst Die hat ja das gleiche an wie ich Mit meinem Bademantel sehe ich ja ziemlich blass aus Wie bitte? Ich hätte ihn nicht mit 60 Grad waschen sollen Die Farben völlig ausgebleibt Nein, sie nehmen ein zu scharfes Waschmittel Ich nehme bei 60 Grad Rai Rai wäscht im pH-neutralen Bereich ohne scharfe Substanzen So schont es die Farben auch bei 60 Grad Und jetzt neu Rai Ultra Hochgradig sicher für alle Farben mit einem Drittel weniger Pulver Mikrochef von UNOX Leckere kleine Mahlzeiten speziell für die Mikrowelle Ich komm ja schon Mh Toll Der leckere Genuss aus der Mikrowelle Mikrochef von UNOX Los geht's Wo ist denn Tina? Sie mag wieder mal nicht Haare waschen Keine Ahnung Wir haben doch jetzt ein neues Shampoo Neu Vidal Sassoon Wash & Go Ultra mild Ultramildes Salon Shampoo und Pflegespülung in einem Zum ersten Mal keine Tränen und kein Ziepen Sondern einfach tolles Haar für die ganze Familie Vidal Sassoon Wash & Go Neu Ultramild Keine Tränen Kein Ziepen Runter Tropical Heat Freitag 20.15 Uhr bei RTL Plus